Hier sehen wir den Onkel Walter, der ganz schön flott noch für sein Alter. Doch mangelt ihm, man sieht's im Grunde, des Weibes Trost zu dieser Stunde. Man kennt das Motto solcher Knaben. Ich will noch was vom Leben haben. Ach, denkt Frau Guni, dieser da, der karmelierte, wunderbar. Schon hat's gefunkt, sie sind per Du und die Musik macht Schuppdidu. So bleibt es oft nicht bloß beim Tanzen. Tja, sündhaft ist der Mensch im Ganzen. Doch zögert Gundel sonderbar. Ach, Schnuckiputz, was machst du da? Wie kannst du nur so sorglos fragen? Ich will noch was vom Leben haben. Drum hab ich für den Fall der Fälle Kondome mit an Ort und Stelle. Die Frau hat Power, Mann o Mann. Und nächstens denkste selber dran. Kondome schützen. Wenn Sie Fragen zu AIDS haben, rufen Sie uns an. Die persönliche Telefonberatung nennt Ihnen auch Beratungsstellen in Ihrer Nähe. Köln 89 2031 Liebe Zuschauer, wir zeigen Ihnen von heute an, jeweils am Freitagabend geschlossen, alle 28 Episoden des ursprünglich in fünf Staffeln aufgeteilten Fernsehfilms allein gegen die Mafia. Diese ungewöhnlich erfolgreiche, mehrfach ausgezeichnete Produktion, die in 70 Ländern ausgestrahlt wurde, hat nun wirklich Fernsehgeschichte gemacht. Und Sie haben nun in Gelegenheit ein Wiedersehen mit Michel Placido als Kommissar Catani und später mit Vittorio Mezzogiorno als Davide Licata zu feiern. Und ich wünsche Ihnen dazu spannende Unterhaltung. Danke. 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 Danke.